Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, ein neuer Monat ist angebrochen, dementsprechend neues Budget. Ich möchte euch heute vorstellen, welche Coins ich jetzt im Februar kaufe. Wieder mit 1000 Euro. Ich habe jeden Monat ungefähr 1000 Euro für Krypto zur Verfügung. Und ja, da hat sich ein bisschen was geändert im Vergleich zum letzten Monat. Dementsprechend würde ich sagen, legen wir direkt los. Ja, wenig überraschend. Ganz klassisch lege ich diesen Monat auch 300 Euro wieder in Bitcoin an. Warum ich in Bitcoin investiere, muss ich euch glaube ich nicht großartig sagen. Jedenfalls, ja, da geht einfach jeden Monat eine Summe von mir rein. Und da haben jetzt auch viele gesagt, von wegen warte ich noch oder kaufe ich da jetzt schon in den Markt? Steigt das, fällt das und so weiter und so fort. Und die Sache ist natürlich, Bitcoin als solches kaufe ich einfach immer. Also das ist relativ Quatsch da auf Krampf zu sagen, ja, ich warte noch, dass der mal irgendwie um ein paar Prozentchen droppt oder so. Weil sofern uns da kein Riesenskandal mehr um die Ohren fliegt, haben wir hier den Boden mittlerweile oder schon etwas länger definiert. Und wenn man dann einfach auf Krampf sagt, nee, ich warte bis der auf 14.000 kommt, ich kaufe vorher nicht. Dann sieht man relativ schnell, dass man da die Morse-Karte gezogen hat. Und ja, diejenigen haben dann halt gar nicht geshoppt. Ich habe bei 15.900 gekauft, ich habe bei 16.000 gekauft, bei 17.000, bei 18.000, bei 19.000 in dem Sinne. Und ich kaufe auch bei 23.000. Ich habe auch schon höher bei 30.000 gekauft, bei 40.000 habe ich gekauft und so weiter. Von daher, ich denke, vielen von uns da draußen geht es so, dass wir auch generell schon deutlich höher gekauft haben. Dazu fällt mir hauptsächlich dieses Bild hier eigentlich ein. Es ist einfach jedes Mal das Gleiche bei jedem Crash und da sagen Leute, nee, ich warte noch, ich warte noch. Und klar, kann da jetzt erstmal noch eine Korrektur vollziehen. Ich gehe ja auch davon aus, dass da die Bewegung als solches erstmal als normale Bullenkorrektur vollenden wird. Dennoch ist es mir dann völlig egal, ob ich da bei 23, bei 21 oder vielleicht auch bei 20 gekauft habe. Wir sehen ja, was bei denjenigen bei rauskommt, wo auch zu lange gewartet wird. Und diejenigen, die schreien ja, wir sehen auch noch den 10.000 Dollar Bitcoin. Es geht ja hier in dem Fall nicht um einen Trade für mich, also wo ich wirklich den perfekten Einstieg für einen Long- oder Short-End-Trade bekomme, sondern einfach, dass ich dieses Asset kaufe. Und im Endeffekt ist mir das völlig egal, ob ich irgendwo 500% oder nur 380% gemacht habe. In dem Sinne, bei den Summen, die sich mittlerweile angesammelt haben, wird es mir auch mit etwas weniger Rendite, denke ich, sehr gut gehen. Dementsprechend, ja, ich kaufe Bitcoin auch einfach so. Jetzt bei diesem Preis, das ist mir völlig egal, ob er noch ein bisschen tiefer kommen kann. Gut, Coin Nummer 2 widme ich ebenfalls 300 Dollar. Das ist in dem Fall Veracity. Veracity habe ich jetzt etwas länger nicht mehr nachgekauft. Wollte ich grundsätzlich auch eigentlich so ein bisschen hinten ran schieben, weil ich mir da eigentlich auch noch gedacht habe, dass der vielleicht noch etwas stärker abstürzen könnte. Und mein letzter Einstiegspreis ja auch an der 003er Linie da auch nicht schlecht gewesen ist. Jetzt brodelt aber ordentlich die Gerüchteküche bei Veracity, dass da wirklich in naher Zukunft wahrscheinlich gegebenenfalls schon diesen Monat oder zumindest das erste Quartal sogar ein Binance-Listing und uns um die Ohren fliegt. Wir haben da viele Indizien gesehen, die darauf hinweisen, dem CZ beispielsweise Veracity auf Twitter folgt. Binance angegeben hat, dass sie diesen Monat neue Listings veranstalten werden. Der CEO von Veracity getweetet hat von wegen, ein stabiles Wachstum ist wichtig für neue Listings. Irgendwas ist immer dran an diesen Gerüchten und ich denke, wir sind uns sowieso alle einig, auch wenn es jetzt nicht unbedingt im ersten Quartal oder diesen Monat kommt, ein Binance-Listing wird kommen bei Veracity. Es wird kommen, früher oder später. Die Frage ist nur, wann. Und ich denke schon, dass aufgrund dessen, dass das Volumen da so brodelt, auch die Binance-Wallet selber gut Veracity akkumuliert hat, denke ich einfach, dass es relativ zeitnah bevorsteht und dementsprechend das Szenario auch so aussehen kann. Wie ich das hier schon mal eingezeichnet habe, dass die Bewegung vorzeitig vielleicht noch ein bisschen korrigiert wird, dann aber mit einem Binance-Listing da wirklich auch der finale Moonshot kommt. Und mit so einem Binance-Listing, das haben wir im Stream auch gestern besprochen, da kann wirklich vieles passieren. Wir haben einige Coins gesehen, wo nicht unbedingt ein Weltwunder passiert ist, wir haben aber auch einige Coins gesehen, wo da wirklich ein 10 bis 30x tatsächlich vonstatten gegangen ist. Und Veracity ist ein Small-Cap-Gem mit ungefähr 60 Millionen Dollar Marktkapitalisierung, sprich, dass Binance als solches die Käufer auf Binance, die Kaufkraft, die Binance hat, das mal auf 600 Millionen katapultiert, das ist absolut nicht unlogisch. Dann wäre zum jetzigen Stand Veracity nicht einmal in der Top 80. Und Veracity hat darüber hinaus ja auch wirklich eine starke Roadmap präsentiert, zwei neue Patentrechte gesichert, die Partnerschaft mit Amazon, also da steht ja so oder so sehr viel in der Pipeline. Das ist ein extrem starkes Projekt. Die Staking-Rendite ist immer noch sehr gut, sehr präsent, wurde trotzdem etwas reduziert, was natürlich diesen inflationären Prozess ein bisschen drückt, auch in dem Sinne, was im Umkehrschluss natürlich auch ein gutes Zeichen ist. Von daher, ich denke schon, dass da ordentlich was passieren kann und dementsprechend möchte ich vor der Rakete dabei sein. Und dementsprechend fliegen 300 Dollar auch in Veracity. Ja, weitere 200 Dollar fliegen in diesem Monat, in dem Fall in Link, weil ebenfalls Link noch keinen Ausbruch gezeigt hat im Vergleich zu vielen anderen Altcoins, die da schon eine gute 50 bis teilweise 200, 300 Prozent Rakete gezündet haben, wie Phantom zum Beispiel. Und dementsprechend, ja, kann ich mir vorstellen, dass bei Link auch zeitnah dann eine Rakete gezündet wird. Das ist ein absolut starkes, solides Projekt, was sich auch sehr, sehr gut gehalten hat. Also im Vergleich zu vielen anderen wurde seit Mai kein Lower Low mehr gebildet. Dementsprechend, ja, bewegen wir uns aber auch wirklich schon seit, ja, einem guten Dreivierteljahr in dieser Range. Man könnte aber auch da gut sein, insbesondere wenn wir jetzt die bullischen Zyklen als solches fortsetzen, dass dann auch Link irgendwo die Rakete zündet und tatsächlich zumindest mal wieder die 10 Dollar anläuft. Dementsprechend werde ich diesen Monat auch Geld in Link anlegen. 200, um genau zu sein, um dort meinen Bestand auch wieder etwas zu erhöhen. Ja, dann bleiben als solches noch 200 Dollar über und da habe ich mir das noch nicht so ganz überlegt. Jedenfalls möchte ich in dem Fall auch nochmal wieder Geld in neue Projekte anlegen. Also die 200 Dollar werde ich so ein bisschen in der Rückhand behalten. Ich weiß noch nicht genau, in welches Projekt es fliegt. Ich habe mehrere auf dem Zettel. Das sind unter anderem auch LCX und CKB. Das fand ich wirklich sehr, sehr interessant, das Projekt. Als ich es, ja, als letztendlich jemand mir das zugespielt hat und ich da einfach mal reingeschaut habe. Und noch zwei weitere, dessen Namen ich jetzt noch nicht nennen möchte, stehen auch noch mit auf dem Spiel. Aber ich möchte in alle vier Projekte in dem Fall noch ein bisschen tiefere Recherche betreiben und dementsprechend dann auch ein Video darüber machen. Ich weiß, ich habe das jetzt schon öfter gesagt, dass ein LCX und ein CKB-Video in dem Sinne kommt. Aber dieses Wochenende habe ich tatsächlich ein bisschen mehr Zeit dafür. Also mindestens ein Projekt werde ich in dem Fall auch schaffen, deutlich detailreicher zu analysieren und dementsprechend auch dann ein Video darüber machen, was dann in der nächsten Woche auf jeden Fall rauskommen sollte. Von daher könnt ihr gerne schon mal den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß selber noch nicht, welches Projekt in dem Fall die Investition trifft oder ob ich tatsächlich noch ein bisschen an Rücklagen rangehe und dann noch ein bisschen mehr investiere. Ich habe ja trotzdem immer ein bisschen Geld in Stablecoins gelagert, wo ich eigentlich nicht unbedingt rangehen will, dass das einfach für einen weiteren Crash für die Hauptcoins natürlich immer offenlegt. Dementsprechend grundsätzlich ist die Summe für Krupto 1000 Dollar im Monat. Sofern wir aber wie gesagt nochmal einen völligen Einsturz sehen sollten, liegt natürlich auch immer Geld in Stablecoins noch weiterhin zurück, dass ich auch da nochmal manuell eingreifen kann. Also mal schauen, wie es in dem Sinne ausgeht. Ich bin da auf jeden Fall gespannt. Schreibt ihr mir mal eure Coins in die Kommentare. Welche Coins akkumuliert ihr im Februar? Da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann hoffe ich natürlich, dass euch das Video wie immer gefallen hat. Ihr lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.